Das ist meine beste Freundin Jolina und ich mag sie sehr gerne, weil wir den gleichen Humor haben und sie eine sehr offene Person ist. Und diese Madame hier ist Charlotte. Ich hoffe sie sehr gerne, weil sie sehr ehrlich ist und wenn man sie noch nicht so kennt, sie ist ziemlich schüchtern sein kann. Doch wenn man sie dann wirklich kennt, ist sie wie ein Wirbelwind. Aber in einer Freundschaft gibt es nicht nur gute Momente. Sie war bei mir und ihr war kalt, weil sie nur ein T-Shirt anhatte, also habe ich ihr einen von meinen Pullovern gegeben. Und sie fand ihn anscheinend sehr schön und als sie dann nach Hause gegangen ist, hat sie ihn eingesteckt. Das hier ist der Pulli und ich fand ihn so besonders, deswegen habe ich ihn mitgenommen. Als ich dann doch schließlich zu Hause war, habe ich gemerkt, dass es ein Fehler war. Deswegen habe ich Charlotte angerufen, um es ihr zu sagen. Ich musste mich überwinden, weil ich einen Fehler gemacht hatte. Ich war schon etwas überrascht, als sie es mir erzählt hat. Aber da sie sich entschuldigt hat und es direkt gestanden hat, habe ich ihr verziehen. Ich bin froh, dass ich es ihr gesagt habe, weil mir Freundschaft einfach am wichtigsten ist.